Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute wollte ich Solo spielen. Irgendein paar Updates, die ich nicht wirklich gespielt habe. Ja, heute mache ich mal Solo, weil ich eigentlich sonst nur mit einem Partner-Duo-Teams-Trios. Weil ich so gar nicht gut bin. Bin richtig schlecht. Und dann lande ich noch bei einem Ort, wo relativ viele landen. Das ist doch schlau, oder? Ja, in diesem Velo werde ich mich blamieren. Warum schon mitten in der Runde bin? Ich habe in der Lobby gestartet, dann habe ich gemerkt, dass ich mal eine Stopp-Buhren hatte, damit ich weiß, wie lange das Velo geht. Brauche ich nämlich, weil mein Velo nicht zu lang gehen darf. Und ja, da bin ich aus Versehen auf einen TikTok gekommen. Und ich mag es nicht, gekopyrightet zu werden. Oh, den Ersten. Oh, den Ersten. Die habe ich schon gespielt. Und ich mag die sehr. Die ist richtig OP. Da kommt die hoch. Also, wenn ihr die habt, habt ihr quasi gewonnen, weil der einfach OP ist. Die macht richtig viel damage. Oh, Charlie. Wie geht's, geschickt? Gork mal ab. Erlöse dich vor deinem Leid. Oder quäle ich dich damit mehr? Da hinten. Minis. Genau das, was ich jetzt brauche. Okay, Leute. Ich könnte jetzt jemanden pushen gehen. Oder? Ich könnte looten. Ich will die Folge ein bisschen spannender halten. Deswegen. Da hinten ist die neue Hebeschroplente. Richtig geil. Und ne blauauaufladbare. Mit der bin ich richtig gut in mich auch mal mit. Guck euch mal an, wie ich lese. Habt ihr das schon gesehen? Laser's wheel. Okay, Leute. Wir gehen mal hier oben in den Busch. Die muss da oben sein, wo die seine Maul ist. Zumindest glaube ich, dass er dort ist. Zumindest glaube ich, dass er da oben ist. Da hätten wir auch schon jemanden. Der geht hundertprozentig dieses eine Haus jetzt in diesem Moment. Und ich meine, wer kann es ihm verübeln? Das ist schlau. Das ist schlau. Die sind zu tun. Und wir nehmen da 50 Mal bleiben. Wo ist dieser Typ? Das glaube ich weg. Der ist weggegangen einfach. Hat mir einfach allein gelassen. Oh cool. Die Tür kann man jetzt rauchen. Moment jetzt aber eher weniger. Ich habe irgendwie Angst, dass er mich von hinten snacken wird. Aber in der Whisky noch fahren, wo muss ich halt in die exakt andere Richtung? Ich gehe mal dorthin, von wo der Snap kam. Hoffentlich werde ich nicht nicht gesnackt. Das ist doch immer noch da hin. Wo soll er sonst sein? Okay. Überrasch ihn mal, falls er da oben ist. Bei seiner Campy Treppe. Okay, ja dann muss man hier oben gesnackt haben. Und muss dann dort geflüchtet sein. Ist der Acker auf mich? Muss noch ein anderer? Doch die sind Acker auf mich. Was für eine hohe Reichweite haben die denn? Das ist ja doch unfair. Ist ja okay, als würde es Sinn machen wir genau dort nicht. Eigentlich. Hier wurde auf jeden Fall gelootet. Auch ein Ebelringgewehr. Und die Waffe in Grau. Warte, seht ihr ihn? Schraubt in die Kommentare. Was ich ihn dort gesehen habe, den wo? Vielleicht werde ich ihn jetzt sogar finden. Hier gibt es Tode kann man gebrauchen. Ah. Hier ist da oben. Oh, 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 oh. Schraubt in die Kommentare. Schraubt. Nein, Leute. Wir wurden gekillt. Er hatte Ackerp einfach. Ich wusste doch, dass der doch irgendwo noch war. Mensch, 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 Mensch. Und da ich dieses Video instant raushauen werde, sobald ich es aufgenommen habe, würde ich gerne, ob ihr, falls ihr es schnell genug seht, dass ihr in die Kommentare schreibt, ob ich diesen einen Krab machen soll in dem Video. Werde ich es so oder so wahrscheinlich aufnehmen, aber ob ich es hochladen soll, dann. Ja. Ja, Leute, falls ich jetzt machen soll. Dann schreibt es in die Kommentare. Und ich... Und einfach nur ausflex. Obwohl... Also, es ist ja auch ein bisschen spannend hier. Hier noch ein bisschen in den Shop. Warte. Und hier. Sieht irgendwie cool aus. Ah ja, hier sind die normalen Sachen. Ausstattbare Stile. Viel Vorschau. Oh. Ei, ei, ei. Okay, den finde ich irgendwie jetzt übertrieben, aber der da ist geil. Und der. Und der. Und der ist okay. Der auch verschiedene. Weißt du was? Überlebe. Was geht für ihr Leben? Aber ich finde dieses... Diesen Skalier interessant. Und den da. Sieht irgendwie cool aus. Das erinnert mich an irgendwas. Ich weiß nur nicht an was. Ach so, die sind auch... Comic. Okay. Das ergibt Sinn. Das ergibt mich die Sinn. Ja, hier. Mein Level. Okay, ich kann ja schon mal wollen auch nicht spielen. Egal. Das gehen wollte ich eh nicht. Dann würde ich gleich einfach noch eine Folge der Solo aufnehmen. Oder Leute? Dann würde ich sagen...